Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist Muttertag und Marie und Bob haben vielleicht schon was vorbereitet. Mal sehen, wie sie mich überraschen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Sag mal, Mama, wo ist denn Leni? Die ist oben. Sonne, Mama. Oh, ist das eine Sonne? Aha, leise sein. Ja, ja, schon gut. Wir gehen wieder runter, komm, Bob. Können wir in die Stadt gehen? Für was denn? Oh, das ist nur etwas. Na gut. Am besten, ich nehme meinen Rucksack mit, da können wir die neuen Karten kaufen. Gute Idee, Marie. Guten Tag. Oh, da ist ja wieder unsere Marie mit ihrem Bruder. Ja, ich bin's. Ja, das Fotoshooting war toll, hm? Ja, was? Sag mal, ich habe eine Frage. Ob sie hier auch Muttertagskarten verkaufen? Oh ja, die habe ich gleich neu in der Lieferung bekommen. Ich zeige sie euch. Das sind die neuen Karten. Boah, die haben tolle Herzen drauf. Die nehmen wir. Habt ihr denn Geld dabei? Ja, ich habe extra meinen Rucksack genommen. Gut. Aber ich kann sie euch auch heute ausnahmsweise mal gratis schenken. Dank, Marie. Die kaufen jetzt alle bei uns die Kleider ein. Oh, das ist lieb. Danke sehr. Ich packe es dir in den Rucksack. Danke, Bob. Super, danke. Wieso habt ihr es denn so eilig? Na, äh, nur etwas. Komm, Marie. Marie, Bob, schon zurück. Ja, wir sind schon wieder zurück. Ich gehe den Rucksack schon mal runter tun. Okay, Marie. Hier bin ich wieder. Guck, Marie, schnapp dir einen Stift. Hier, für dich. Danke. Oh, komm, wir malen jetzt endlich. Ja, ich freue mich auch schon total. Was wollen wir denn malen? Ich weiß nicht genau. Das ist eine gute Frage, Bob. Ja, ähm, ich denke, ich male. Oder wir schreiben etwas für die liebste Mama der Welt. Wie wäre es damit? Gute Idee. Für die allerliebste Mama der Welt. Ja, ich denke, das sieht jetzt echt mal toll aus. Leni, bist du fertig? Bald, bald. Gut. Gut, Leni. Zum Muttertag viel Glück. Oh, zum Muttertag viel Glück. Wer die beste Mama der Welt ist die Baba-Raba. Oh, das ist süß von euch. Darf ich euch mal die Geschenke abnehmen? Ja. Oh, Leni, dieses Bild ist wirklich wunderschön. Aga, aga, extra für Mama. Eine schöne Sonne. Oh, das ist süß. Ich lege es gleich mal hier hin. So. Oh, Marie, das ist süß. Für die beste Mama der Welt. Hi, hi, das habe ich auch mit Bob. Also, Bob hat auch eine. So, jetzt noch du, Bob. Ja, das habe ich extra für dich gemacht. Oh, schade. Oh, ich wünschte jetzt, ich wäre Mama. Ja, beim Vatertag. Ja, genau. Oh, danke, Bob. Danke euch allen. Bitte sehr. Ja, Leni, dir auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr kein einziges Video von uns verpasst. Bis dann. Tschüss.